Knossi, kennst du das? Du wirst von einem Reiseveranstalter auf irgendeiner abgelegenen Insel ausgesetzt und du bekommst irrsinnige Zahnschmerzen. Das muss nicht sein. Sammelt diese Pflanze, das ist die Nelkenwurz, die kannst du ziemlich einfach erkennen und du brauchst die Wurzeln. Wenn du die zerreibst, die riechen und schmecken nach Nelke. Der Inhaltsstoff ist original, der tötet Bakterien ab und wichtiger, er betäubt. Also eine Wurzeln, kein Kau, an den Zahn legen. Knossi, das nächste Mal nimm das und du wirst keine Zahnschmerzen mehr haben.